einen wunderschönen guten morgen ihr lieben und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ja meine hübschen wie ihr sehen könnt die sonne scheint ist das nicht cool der himmel ist noch total blau ist jetzt am frühen morgen naja viertel vor neun ich habe hier schon so ziemlich einiges geschafft ich habe haushalt fertig die waschmaschine läuft bettzeug gewechselt an der buchhaltung gesessen ja also irgendwie habe ich heute sehr viel geschafft obwohl ich eigentlich gar nicht so vor hatte aber was erledigt ist erledigt die waschmaschine wieder die zweite läuft mein schnucki möchte möchte ich werde ihm sagen er soll bitte die wäsche aufhängen weil ich jetzt nämlich losfahre ich stehe gerade angezogen sind gerade irgendwie noch so 15 16 grad ein bisschen frisch noch aber es wird wohl wärmer heute und dann habe ich ein polster gewaschen für die liege habe ich schon aufgehängt draußen reingestoppt bekommen und ist sauber geworden ist richtig gut und wie gesagt ich war jetzt gleich los und habe so ein bisschen was auf dem zettel heute ich habe ein bisschen was geplant und zwar möchte ich ganz gerne mit euch zusammen zu nanonana also ich muss eher zum postfach was abholen dann würde ich ganz gerne schnell mal rüber zu fuß laufen zum sophienhof da war ich schon seit über einem jahr nicht mehr glaube ich also wenn ich noch länger über ein jahr und so dementsprechend möchte ich ganz gerne dabei gucken weil die nämlich viel viel größer und besser sortiert sind als in münster so in kiel ist natürlich klar mehr menschen und wie gesagt der laden ist da im sophienhof wesentlich größer ich will mal gucken was die da so schönes haben weil ich nämlich für euch ein video plane und zwar do it yourself also es gibt so paar schöne herbst decos zum basteln und hatte ich mir jetzt so vorgenommen dass ich das für euch mal drehe euch das mal zeige und dafür brauche ich halt eben paar sachen mal gucken ob ich da irgendwie überpfündig werde mal schauen auf jeden fall wie gesagt freue ich mich drauf weil ich selber unheimlich gerne basteln und ein paar haben mir geschrieben marie bastelst du mal ein bisschen hier herbstdeko oder so das werde ich dann machen das werdet ihr dann sehen in den nächsten videos und ja ihr hübschen ich würde sagen quatsch ich habe es meine alte kamera mitgenommen weil die andere leer ist ich habe immer noch kein ersatz akku nachgestellt und auch keine ersatz so eine akkuschale aber nun gut das mache ich dann irgendwie bei gelegenheit diesmal wie gesagt hoffe ich dass mich diese kamera nicht im stich lässt und ich würde sagen wir fahren jetzt erst einmal richtung ach zu bauhaus muss ich auch noch weil da bräuchte ich eine weiße farbe weil ich nämlich meine bank dann doch lieber streichen möchte die andere diese teak bank die ist echt nicht schön die vorstreichfarbe habe ich die weiße aber ich muss jetzt nachher noch normale weiße farbe haben und die hole ich dann bei bauhaus so was noch irgendwie hat man so viel im kopf manchmal nach das ist echt irre na gut also ich würde sagen wir starten jetzt erst mal richtung bauhaus ich war gerade kurz bei bauhaus habe wirklich nur ganz schnell was geholt und zwar diese holzfarbe von der ich euch erzählt habe könnte sehen spiegelzünder diese hier die ist total gut für holz für draußen ist die farbe ist weiß kostet 13 euro sowieso wie da wollte ich meine bank nehmen dann drei pinsel diese hier in verschiedenen größen und das war es dann auch schon das ist hierfür tipptopp video genau also jetzt geht es dann weiter einmal so ich habe jetzt hier woanders geparkt ich wollte eigentlich beim postfach stehen bleiben der irgendwo an der straße aber ging nicht jetzt bin ich hier durchgefahren jetzt muss ich hier natürlich latschen aber nur gut ich bin hier dann aber gleich schneller da in der stadt als da drüben und zwischendurch war ich noch mal ganz kurz bei dem depot ich wollte da so zwei so boho kisten holen bzw. kisten bezüge gab es aber ein schwindchen teil nicht das heißt also schön hier im sovino für sie auch ein depot glaube ich und da gucke ich mal ob sie die haben für 9,99 euro oder so glaube ich zwei stück 30 mal 50 glaube ich war die größte jetzt gehe ich gerade hier voll auf den bürgersteig aber hier ist eine baustelle ich weiß gar nicht wo ich so ich bin mittlerweile jetzt hier drin und die haben wunderschöne sachen ihr lieben schaut mal die sieht echt schön aus diese riesen häuser sind auch cool 25 euro aber ich brauche das eigentlich nicht so ganz ich wollte eigentlich ein bisschen herbstdeko gucken das sieht auch schön aus ich habe mal Kompaskrass der patate ist das ganze schon ein bisschen das sieht auch gut aus hier sind diese kürbisse von denen ich erzählt habe 2,95 die kleinen sieht auch ganz süß aus die farben ja das sind echt schöne farben ich finde das sieht auch ganz hübsch aus ein tablett kostet 10 euro das sieht auch wunderschöne ausschaut das sieht auch wunderschöne ausschaut mal für alle hk gibt es die als künstlich das ist auch cool das ist krass 3,95 so eine ziegelform ist auch ganz cool riesen kerzen schaut mal sieht auch schön aus kostet 13 euro mit 3 dochten das sieht auch schön aus schaut mal die sehen auch cool aus 6 euro hier haben wir eine künstliche heide schaut mal ist auch ganz cool eigentlich 2,95 die sehen auch ganz schön aus diese tabletts hier schaut mal mit einfach mit holzerinnen drumherum 3,95 so ein kleines da hat meine mama bei sich ich habe kostet was bei 15 euro auch ganz hübsch eigentlich hier ist alles für tee schokofondue schaut mal sieht auch süß aus das ist auch süß hier seelenfutter für nashi hier hängen diese bobo kissen schaut mal die sehen auch ganz süß aus ich weiß aber nicht wie teuer die sind die sehen ganz süß aus als kerzenständer schaut mal wirklich diese häuser wurden letztes jahr bei depot gekauft die waren teurer als diese hier 8 euro obwohl ne bin ich mir nicht sicher mit batterien die sehen auch ganz süß aus schaut mal 4,95 für dieses häuschen ich sehe hier gerade dass ich hier aufkleber schaut mal cool und das hier ist meine ausbeute schaut mal mal kürbisse so ihr lieben ich war jetzt nicht lange drin nicht mal eine halbe stunde kurz bei na 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 und jetzt weiß ich warum ich ganzes jahr lang nicht da war das wird sich auch nicht ändern jetzt habe ich erstmal wieder ruhe das ist da so voll und so auf jeden fall ist jetzt mal wieder ein jahrpause von Sophie Puh ich bin im Outlast ihr lieben und jetzt weiß ich warum ich da nicht so gerne bin also city park gefällt mir irgendwie viel besser und dann packt er direkt entweder unten drunter oder davor und das ist auch nicht so überfüllt jetzt irgendwie das ist alles ein bisschen überschaubarer und aber da gibt es halt eben keinen na 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 und da gibt es auch ja depot gibt es da entschuldigen da sind schlimm jedenfalls oh das ist grausam ich fahre jetzt einmal nach hause es ist jetzt 11.19 ich habe bis ähm bis wann habe ich ein ticket ist egal bis ich glaube 12 uhr aber ist nicht schlimm auf jeden fall geht es für mich jetzt einmal nach hause schon bin ich hier jetzt angekommen habe meinen ganzen einkauf ähm also lebensmittel eingepackt äh den rest ausgepackt das wollte ich euch ganz gerne noch mal zeigen und zwar ähm ist das ja die ausbeute gewesen von nanunana habe ich euch auch schon gezeigt hier diese wunderschönen holchen da kann man auch schön kerzen äh reinstecken die muss ich noch besorgen ich habe nämlich keine kerzen dann haben wir hier paar kürbisse ja diese drei fand die farben so hübsch dann einmal so äh ja ein kordel auf kleber und diese wunderschönen blümchen die fand ich ganz hübsch von der farbe her dann war ich noch mal kurz her bei depot und habe einmal so ein kranz mitgenommen passend hierzu einmal so ein ich finde der kontrast ist richtig krass ne fand ich so schön und dann kann man in die mitte vielleicht hier so ein kranz hier so ein ähm ja so eine kette mit einem pilz reinhängen kostet äh 95 cent genau dann habe ich ja gesagt ich werde mit euch oder für euch einmal so ein video drehen wo ich dann herbstedeko basteln dafür braucht die so ein paar kleinigkeiten einmal dieses hier da sind so ein paar verschiedene sachen drin so wie halt eben tannenzapfen diese kugeln blätter getrocknet ja dann solche eichen gab es halt bei depot dann dieses hier ich weiß gar nicht was das ist 10 gramm von streuartikel einfach nur lampenblüte na gut kann man aber auch schön dafür benutzen dann moos in weiß dann dieses hier das heißt buddha buddha nuts na gut das sind solche nüsse die wollte ich ganz gerne einmal genau damit das tablett einmal schmücken ich dachte so ein paar halt von dieser streu deko ist einmal ganz hübsch dann diese ich weiß gar nicht wie heißen die jetzt hier ähm baumwolle ja zwei zweige habe ich dann quasi mitgenommen und ähm diese wunderhübsche tasche die war bei depot runter gesetzt äh um 70 prozent ich glaube sie hat irgendwas um die 13 euro gekostet da habe ich 3 euro bezahlt das ist nicht der hammer ich finde die so süß man kann die irgendwo ranhängen und vielleicht noch ein bisschen da was reinlegen fand ich voll süß also benutzen wie gesagt kann man die jetzt zum naja gut zum alltäglichen gebrauch jetzt nicht aber so als deko kann man das schön hinhängen vom dänischen bettelager habe ich die kerzen nochmal nachgeholt da brauche ich noch ein paar bei real habe ich diese kürbisse gefunden die würde ich aber ganz gerne halt umsprühen die kleinen brauchte ich die bekommen eine andere farbe die finde ich jetzt nicht so berauschend und einmal so eine fette kordel genau das ist dann meine ausbeute ihr lieben es ist jetzt kurz nach 12 ich hätte gedacht ich komme viel viel zu spät nach hause jetzt heißt es für mich einmal mittag machen die wäsche muss ich vorher aufhängen mein schnück hat es nicht gemacht er hat nämlich am video gesessen und dementsprechend irgendwie scheinbar gar keinen kopf dafür gehabt oder vergessen und ja also wie gesagt im großen und ganzen fand ich nur noch ganz schön sie hatten wirklich wunderschöne günstige sachen also viel günstiger als bei depot und wie gesagt ich fand das eigentlich ganz schön da also wirklich schöne herbstdeko nur wie gesagt nur ich habe eigentlich schon relativ viel ich habe ja viele kürbisse und dementsprechend habe ich gedacht ich kaufe da jetzt nicht allzu viel deswegen ist mein einkauf so ein bisschen kleiner ausgefallen aber ich finde das reicht völlig und schreibt mir gerne mal wo ihr eure deko gerne kauft also ich werde ganz oft gefragt und ich sage immer ich kaufe eigentlich fast überall deko wo ich was sehe also sei es jetzt den bettel lager sei es jetzt in einer online ganz oft entweder oder bei butlers man kann aber auch mittlerweile schon bei depot und butlers online bestellen das geht auch bei teddy bei kick mal die haben auch mal schöne sachen total günstig und genau also wie gesagt überall so ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen ne butlers hatte ich schon gesagt manchmal hat auch ansting's family hübsche deko sachen die haben immer so halt nicht dauernd irgendwelche deko sondern so ausgewählt jetzt zum herbst bekommen die sich auch eine schöne deko irgendwie rein in die geschäfte und deswegen haben die auch wunderschöne sachen na gut ihr lieben also wie gesagt ich mache jetzt erstmal gleich klasse schiff und dann gibt es für uns auch schon mittag es kommt nach hause so ungefähr in anderthalb stunden das heißt ich muss gleich zu sehen dass ich mittag vorbereite bin froh dass ich jetzt da früher weggefahren bin da muss ich ehrlich gestehen also das war sehr voll da und deswegen gibt es erstmal ein jahr lang gar keinen so vielen hofen mehr das reicht mir dann auch genau na gut ihr hübschen also ich hoffe dass euch dieses video dann gefallen hat passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dann tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.